Ich sag dir was, ich habe es nicht richtig mitbekommen, ich war es da neben dir und Sarah hat sogar Masken gemacht über deinen Kopf und ich war mir nicht sicher und darum habe ich mich rüber gesetzt, um sie zu beobachten. Okay. Sarah ist für mich ein Niemand, Sarah ist für mich Fake. Ich frage sie gleich. Ich frage sie nur ganz kurz, dass wir vielleicht was Falsches schauen. Hast du versucht, du bist doch erwachsen, dann sagst du mir, hast du mir hinter mir eine Krabbeis zu sagen, weil die Kameras sind ja da. Ich will es nur wissen, vielleicht hat Koki was Falsches gesehen. Darf ich? Kannst du machen. Das ist irgendwann auch mit Sarah kracht. Das habe ich von vornherein gesagt. Ganz kurz so eine Sache, weil du ja sagtest, dass du das Gesicht hast und mir gerade hinter mir irgendwelche Gramassen gemacht oder sowas. Hinter die Gramassen gemacht? Ich habe getanzt. Okay, aber du hast keine Gramassen gemacht. Ich frage dich direkt, weil ich bin ein sehr direkter Mensch. Ganz normal. Ich frage dich ganz normal. Hast du das nicht gemacht? Guck mal, ich kann tanzen, so viel ich will. Nein, das ist ja nicht schlimm. Ich kann tanzen, aber gegenüber mir ist das so. Ich kann Massen schneiden, so viel ich will. Okay, so hast du es doch gemacht.